so das erste der link deren handy videos vorm umzug ich bin jetzt kurz wir haben jetzt erst ein grund fangen gleich los und ich will jetzt nur noch mal meine befürchtung sagen ich kenne die leute noch nicht sind drei mädchen und zwei jungs und meine befürchtung sagt dass es entweder assis oder und dass das entweder assis sind oder so bei den mädchen keine ahnung so die hochnäsigen zicken so ich verdiene 12 ich also ich habe zwei cent mehr monat zur verfügung ich bin viel geiler als du so was also habe ich gar keinen bock ich hoffe auf geile mitbewohner also auf soziale mit denen zum beispiel bei den jungs fußballfans die mädchen können gerne auch fußballfans sein auf sowas hoffe ich die jungs und zocken das wäre optimal dass wir uns verstehen gut wir hatten eine woche nächste woche samstag ein update video bringen von zu hause wo ich dann sag wie es so gelaufen ist also wie die sind die cool sind ob die nicht cool sind und so weiter dann oder rein